Stellen Sie sich auf das EREX Balance Pad, beugen Sie Ihre Knie, halten Sie Ihren Oberkörper stabil und verlagern Sie Ihr Gewicht auf die Fersen. Bewegen Sie Ihr Gesäß nach hinten unten. Zur Intensitätssteigerung können Sie das EREX Balance Pad zusätzlich in Verbindung mit dem Multi-Shape-Board einsetzen. Versuchen Sie, das Multi-Shape-Board in der Waage zu halten. Versuchen Sie dazu, Kniebeugen auszuführen. Den Schwierigkeitsgrad erhöhen Sie, indem Sie die Kniebeuge in beiden Varianten einbeinig ausführen.